Hi Leute, hier ist es wieder James aka Chris mit Video Nummer 60 unserer Let's Play Reihe zur Communio 2017, 2018 langsam. Es ist Freitag und was haben wir zu tun? Wir müssen die News checken, wir müssen gucken, was ein Transferant los ist und wir haben auch noch ein Angebot offen, um unser Konto wieder auszugleichen. Dann hatten wir eine Investition vorgenommen, die uns hoffentlich unser Konto noch etwas aufpoliert. Wir hatten 75.000 vor ein paar Tagen noch, hatten dann diesen Trade gemacht, um Williams zu kaufen von Eintracht Frankfurt. Ich hatte das Gewinnpotenzial erkannt, meine Mitstreiter Gott sei Dank nicht und deswegen haben wir das Glück und können uns ein paar Euros dazu verdienen. Ja, was haben wir denn hier? Also wir checken mal ganz kurz die News. Ihr seht, derjenige, der Didavi und Traoré geholt hatte, hat jetzt schon wieder verkauft. Traoré mit etwas Glück auch Gewinn bringt, also 100.000 gemacht. Der hat nämlich einen relativ schwachen Wert von 3,06 Millionen, gekauft glaube ich für 3,1 damals, aber dann wieder 100.000 Gewinn gemacht. Im Unglück muss man sagen, bei Didavi ist es etwas andersrum. Bei 6,02 gekauft und 5,92 verkauft. Also es ist eine Nullnummer quasi draus geworden. Hätte ja auch anders laufen können, denn Didavi, das hatte ich ja auch damals erklärt, hatte einen Wert von 6,4 zu dem Zeitpunkt. Da wurden ja theoretisch also doch etwas bloß gemacht, wenn man an dem Tag hätte verkaufen können, aber das ging ja leider nicht. Das hatte ich ja mit erklärt, warum ich diesen Trade nicht gemacht habe. Da muss man immer über zwei Ecken denken. Einerseits, dass man den Spieler am Tag, wo er auf dem Transfermarkt ist, erstmal kauft. Dann nimmt man in Kauf, dass der Wert fallen könnte und dann setzt man ihn ja an dem Tag, wo er schon gefallen sein könnte, erst auf den Transfermarkt und erhält dann am darauffolgenden Tag erst ein Angebot. Das macht die Sache etwas kompliziert. Man muss über zwei Tage quasi mit einem Spieler spekulieren und das wurde an dieser Stelle falsch gemacht. Und das hatte ich euch ja auch erklärt, warum er das nicht tut. Deswegen seid ihr jetzt schlauer und ich hoffe, derjenige, der den Fehler gemacht hat, auch. Ja gut, schauen wir kurz auf den Transfermarkt. Wir hatten unseren Spieler ja draufgesetzt. Der ist hier und hat 3,95, also nochmal 150.000 seit gestern zugelegt. Das freut mich sehr. Wir haben den für, ich glaube, 3,4 oder so gekauft. Also alles richtig gemacht. Da ist ein Gewinnpotenzial mit drin. Schauen wir gleich, wie sich das insgesamt auswirkt. Dann Pavlenka, freut mich, dass der Wert auch nochmal nach oben geht, Leute, dass ihr auf den setzt. Ist ein sehr guter Torhüter. Würde mich freuen, wenn wir den dieses Jahr richtig erfolgreich da im Kasten von Bremen sehen können. Ja, Lars Bender hat bei uns keiner gekauft. Also ich würde das machen. Würde ich jetzt einen Mittelfeldspieler noch suchen für 3 Millionen, dann würde ich hier wahrscheinlich zuschlagen. Raffinia ist auch immer mal zwischen 50 und 80 Punkten gut, auch wenn er nur zweite Wahl ist. Wenn er spielt, dann punktet er auch in der Regel. Dann haben wir Rode, der im Bundesliga intern nicht wechselt. Also das Thema ist eigentlich auch durch. Bislang, also da kann sich natürlich noch was tun, wenn ein Bundesliga-Verein einen Sechser sucht, wird Sebastian Rode für das Geld einfach oder wird Borussia Dortmund vielmehr der erste Ansprechpartner sein, weil dann hast du einfach einen richtig guten Zweikämpfer auf der Position, der jetzt auch nicht den schlechtesten Pass spielt, sondern absolut solide ist. Und von daher wäre das, denke ich, eine Personale, die auf der Sechs bei jedem Verein hätte in der Bundesliga spielen können. Und ja, schade, dass er das bei Dortmund nicht gepackt hat. Dann Martin Harnik für 3,6 Millionen. Ich will nicht sagen ein Schnäppchen, aber wenn man mal den Durchschnittspreis eines mittel- bis starken Stürmer in der Bundesliga sieht, ist das nicht unter 5 Millionen zu tätigen. Da kann man eine Reihe von Leuten nennen. Ich nenne jetzt mal zum Beispiel Ibise, Witsch und Selke, die sind beide deutlich über 5 Millionen anzusetzen. Und ja, ob die das rechtfertigen können, das muss man immer sehen. Martin Harnik ist also mit 1,4 Millionen unter diesem Schnitt und hat meiner Meinung nach auch ein gewisses Potenzial. Wenn man natürlich noch nicht allzu viele Hannoveraner hat und diese Mannschaft insgesamt in die Saison einigermaßen reinkommen würde, würde Martin Harnik auch als Leistungsträger dann dort auch seine Punkte und Tore machen. Ja, das war es eigentlich insgesamt vom Transfermarkt an Gerüchten und beziehungsweise an Potenzial, was man kaufen könnte. Sehe ich jetzt nichts. Vielleicht Brekanlo. Der hatte ja nochmal ein kleines Sonderlook bekommen. Ich hatte ja auch in meinem Stuttgart-Special diesen Spieler nicht gänzlich ausgeschlossen für die linke Seite. Hatte aber, ich glaube, Assano hatte ich da drüber angesetzt. Aber das ist ein 1-zu-1-Duell. Bin es ja gespannt drauf, wer da die linke Seite beackern darf beim VfB. Könnt ihr euch das Video ja bei Zeiten einmal ansehen zum Stuttgart. Falls ihr da andere Meinungen sagt, auch gerne da in die Kommentare posten. Würde mich freuen, wenn es da auch ein paar Insider gibt, was den VfB anbelangt. Und ja, ansonsten gucken wir uns ganz kurz noch an, was wir bei Williams bekommen haben. 4,18 ist ein echt stolzer Preis, muss ich sagen. Ich bin nicht ganz sicher, ob der nochmal steigt. Das ist jetzt wirklich schon drei Wochen vor Saisonstart eine Frage der Nerven. Also, ob die Pro-Player auf den setzen, bin ich echt gespannt drauf. Vielleicht setze ich noch einen Tag drauf. Wir können uns ganz kurz das Profil uns anschauen nochmal. Und der hat schon ein gutes Kaliber, wie man sieht, über die linke Seite. Und man bedenkt bitte, Uschipka verkauft. Gucken wir uns ganz kurz die Leistungsdaten aus der letzten Saison an. Und dann sieht man schon, dass der, ich glaube, Stammspieler war in der holländischen Liga. Ja, er hat zumindest richtig gut gespielt. Also ihr seht es mit 25 Ansätzen, zwei Toren, drei Vorlagen, 2000 Minuten. Das ist richtig ordentlich. Hat auch sogar Champions League gespielt. Also, das ist kein ganz schlechter. Und deswegen freut es mich für Frankfurt, dass sie auf der linken Seite dann Ersatz für Schipka gefunden haben. Für uns bedeutet das natürlich noch einen Tag mehr die Chance auf Geld. Und deswegen gehen wir ganz kurz auf den Transfermarkt nochmal. Und setzen den Spieler erneut drauf. Vielleicht ist morgen noch was mehr drin. Ich bin aber nicht 100% sicher. Deswegen überlege ich mir bis heute, ob ich hier die, wie viel ist das, 150.000 mehr mitnehme oder nicht. Und ja, ansonsten schauen wir morgen nochmal drauf. Aber ich kann mir vorstellen, dass es morgen etwas weniger ist. Also, das ist ja schon 150.000 mehr. Ist schon ausreichend, muss man sagen. Und schaut mal, was das aus unserem Kontostatt macht. Als wir angefangen hatten oder als wir den gekauft hatten, hatten wir 75.000 noch. Und jetzt morgen hätten wir 743.000. Also, mit einem Spieler mal wieder knapp an der Million wieder schrauben. Das wäre schon super. Und ja, das freut mich, dass wir solche Spieler hier noch finden konnten auf dem Transfermarkt. Das ist ja auch nicht immer einfach aus dem ganzen Getümmel, dann den richtigen rauszupicken. Natürlich, wenn man das 24 Stunden studiert und analysiert, dann natürlich klar, einer der, also wie ich das jetzt natürlich mit euch sehr präzise und genau mache, ist klar, da sollte einem auch nichts entgehen. Und ja, ich denke mal, das war auf jeden Fall gut, dass ich den gesehen habe. Man kann sowas leicht übersehen, meiner Meinung nach. Aber da gibt es auch Leute, die anderer Meinung sind. Dabei belassen wir es dann auch. Ja, ansonsten gibt es noch ein paar Wasserstandsmeldungen zu meiner Mannschaft auch. Sabitzer und Werner hatten sich ja vor drei Tagen circa im Training verletzt. Dann hatte ich gedacht, ja, was machst du jetzt? Ich habe einfach mal profilaktisch einfach draufgesetzt auf den Transfermarkt, aber ich wollte ja eigentlich auch gar nicht verkaufen. Und ist auch gut so. Sabitzer trainiert schon wieder mit. Und Werner wird vielleicht noch ein paar Tage mehr dauern. Soll sich gut erholen, dann kann er fit in den DFB-Pokal mit einsteigen. Und ja, ansonsten sehe ich hier alle Daumen nach oben. Das ist super. Wir werden Williams noch verkaufen. Dann haben wir ein 3-5-2 und können praktisch in die Saison gehen, falls nicht wirklich was passiert. Ansonsten ist noch Mikel Merino von Borussia Dortmund gewechselt. Da bitte verkaufen noch. Also der ist schon eingefroren, meiner Meinung nach. Aber wo hat man denn? Merino, Merino, Merino. Ist er schon raus? Er ist schon raus aus der Datenbank. So wie ich das hier sehe. Also bitte da verkaufen noch. Das war glaube ich 57.000, beläuft sich das. Habe ich eben mal nachgesehen. Und ja, da müsst ihr verkaufen. Dann Ribéry hatte sich auch noch im Training verletzt, aber der fällt nur ein paar Tage aus. Da ist auch nichts Schlimmes. Und Junuzovic. Da, liebe Leute, das können wir ganz kurz auch nochmal gegenchecken, was sich da jetzt tut. Ihr seht selber, das war jetzt höchste Not, den noch abzugeben, falls man Alternativen auf dem Markt hat. Weil er sich da in der Achillesferse verletzt hat. Und das könnte eine längere Geschichte werden. Dazu mal sein. Da weiß ich gar nicht, ob ihr alles gesagt habt. Der fällt bis Oktober aus. Also hier, liebe Leute, sind auch nochmal 2 Millionen Euro, die quasi eingefroren sind. Da bitte ich euch noch zu verkaufen und euch nach Alternativen umzusehen. Da gibt es immer was auf dem Markt. Das macht nämlich keinen Sinn, diese 2 Millionen bis im Oktober mit reinzuschleppen. Auch ein Junuzovic, da kriegt man für 5 Millionen auch eine Risse oder andere Spieler. Gut, in diesem Sinne, liebe Leute, war es das für den Freitag. Ich habe vielleicht noch die Idee gehabt, wie wäre es, wenn wir in den nächsten 3 Wochen so etwas wie einen Breaking News Balken hier einführen, wo ich vielleicht so etwas wie einen News-Ticker machen kann, wo unten einfach langläuft, nichts störend. Wer sich verletzt hat, wer noch wechselt, wo man vielleicht noch ein bisschen Marktwertgewinn machen kann. Das weiß ich aber nicht, wie aufwendig das ist. Ich habe da noch keine Erfahrung mit. Deswegen, das wäre einfach so eine Idee. Da muss ich nicht immer zu jedem Spieler was sagen. Und wenn man das auch so beiläufig mitliest, dann wäre das vielleicht eine coole Sache. Aber das ist nur Aufwand entsprechend. Also wenn das zu viel Aufwand ist, dann lasse ich das. Ansonsten werde ich einfach weiterhin zu den Spielern alles erzählen und euch dann mit so mit auf den Weg geben. Gut, ja, ansonsten guckt euch doch das Stuttgart-Video an. Das habe ich hier auch fertiggestellt gestern und mache mich jetzt an den BVB ran und würde euch dann in den Freitag entlassen und wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns dann Samstag wieder gewohnt, etwas später als in der Woche. Und ja, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende insgesamt. Wir sehen uns dann morgen wieder. Haut's rein, euer James. Bye, bye und tschüss, Reno.